Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Den Herrn rechts neben mir, den dürftet ihr schon kennen, Hedgefonds-Manager Christian Berger. Ich habe ihn schon mal im Interview mit dabei gehabt und er hat sich jetzt auch wieder bereit erklärt, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil es gibt ja jetzt so zwei Fraktionen. Die einen, die sagen, boah, Bullrun, alles wird jetzt gleich brennen. Die anderen, die sagen, boah, da könnte ja jetzt noch so ein Dip kommen. In den letzten Bullruns, da gab es ja immer noch mal einen brachialen Dip. Ja, jetzt schauen wir mal, was Christian davon hält, was er uns dazu sagen kann, ob er vielleicht die Glaskugel hat, die wir alle suchen. Wir werden es sehen. Daher sei gespannt, bleib auf jeden Fall bis zum Ende vom Video mit dabei, weil das wird echt spannend. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, da ist eine Menge Impact mit dabei. Auf unserem Kanal findest du spannende neue Projekte, du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da und falls du dich auch persönlich noch gegen Scams noch stärker schützen möchtest, wir haben eine kostenfreie Acht-Punkte-Checkliste für dich ausgearbeitet. Die wird zu downloaden, dann schauen wir in die Description, da ist der Link dazu. Lieber Christian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wieder mal zu Gast bist bei mir auf dem Kanal. Jetzt erste Frage, wie gerade schon eingangs angekündigt, was sich wahrscheinlich jeder fragt, wie geht es jetzt am Markt weiter? Sehen wir jetzt Bitcoin bei 100k oder vielleicht doch wieder bei 10k oder was wird passieren? Also leider habe auch ich keine Glaskugel. Deswegen schauen wir uns den Markt einmal realistisch an. Es gibt immer diese zwei Lager, das typische Bullenlager, Bitcoin steigt jetzt weiter, der bullische Trend setzt sich fort, die anderen prognostizieren jetzt dann ja schon den nächsten Dip, den Crash, also die Bullen, die Bären, die Optimisten und die Bessimisten. Ich bin ja auf der Seite der Realisten, so wie schon die Hedgefondsmanager aus Amerika gesagt haben, die Realisten sind diejenigen, die den Vorteil am Markt haben und das Beste aus einer bullischen Marktphase machen und auch das Beste aus einer bürrischen Marktphase. Ich würde aber sagen, wenn wir uns das Ganze jetzt ein bisschen anders anschauen als Bitcoin-Narrativ, jetzt gar nicht mehr so sehr konzentriert, sehen wir jetzt noch einen Dip, sondern eher welche Faktoren stehen jetzt dann noch an. Das Jahr 2024 ist ja ein sehr, sehr interessantes Jahr. Nicht, weil die mögliche Genehmigung von ETFs ansteht, das steht jetzt in den Sternen, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr hoch. Bloomberg bewertet es mit einer 90%-Wahrscheinlichkeit, dass wir im Jänner eventuell schon die erste Genehmigung sehen. Andere Wall-Street-Analysten sehen drinnen im ersten Quartal 2024. Also wir können mal ausgehen davon, dass wir im Jahr 2024 eine Genehmigung sehen. Das Bitcoin-Having steht natürlich auch an, aber das sind jetzt gar nicht mal so die Faktoren, die mich so brennend interessieren, denn das ist die typische Mainstream-Meinung. Für mich sind zwei weitere Faktoren, die da drinnen sehr interessant sind. Und das ist einerseits der Faktor, dass das Jahr 2024 ein US-Präsidentschaftswahljahr ist und das wiederum einen sehr, sehr großen Impact auf die Märkte haben kann und haben wird. Einerseits aber auch stehen die möglichen Zinssenkungen im Raum. Und genau diese Kombination mit Zinssenkungen und mit der Präsidentschaftswahl, das kann schon ein Katalysator auf die Märkte auch sein, damit man ein bisschen ein Marktverständnis hineinbekommt und somit auch die Märkte besser einstufen zu können. Denn jedem muss bewusst sein, wir leben in einem Geldumverteilungssystem. Und davon ist der Kryptomarkt nicht ausgenommen. Und wenn man jetzt nur mal die letzten Maßnahmen anschaut. Heute, also wir haben im Dezember jetzt gesehen, die US-Zinsentscheidung. Anfang Dezember war noch drinnen, dass die US-Notobank davon gesprochen hat, die FOMC, Zinssenkungen stehen noch nicht im Raum. Jetzt bei der letzten Zinsentscheidung aber sind auf einmal Zinssenkungen auf einmal publik geworden. Sie preisen sogar oder sie haben angedeutet drei Zinssenkungen für das Jahr 2024. Und jetzt könnte man fragen, warum? Und dieses Zusammenspiel, jetzt komme ich in die Politik hinein, die hier einen großen Einfluss hat. Denn wenn im Jahr 2024 die Zinsen nicht gesenkt werden, wenn eventuell sogar eine Rezession verursacht werden würde, wie gut stehen dann die Chancen für die Demokraten? Joe Biden wird dann fast keine Chance haben auf eine Wiederwahl. Und dann würde natürlich für Trump, wenn er da drinnen wieder antreten tut, dann werden seine Karten sehr, sehr gut sein. Und wenn man jetzt anschaut, dieser Move der US-Notenbank und auch von Sharon Powell, Zinssenkungen hinein, das lässt natürlich wieder die Gemüter aufleuchten. Und Zinssenkungen bedeuten Liquiditätfreigabe. Und das könnte dann natürlich ein weiterer Katalysator drin sein. Aber genauso, nur damit man sich einmal die Macht vorstellen kann. Und das sind jetzt schon die Gerüchte, da habe ich einen Insight von der Wall Street hinaus. Wenn Trump Präsident werden sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die US-Notenbank, je nachdem, wer dann am Drücker ist, dafür sorgen kann, dass wir eine Rezession noch sehen werden. Ich bin froh. Nein! Und das sind so die Faktoren drinnen. Aber generell, wenn man jetzt mal anschaut, gibt es jetzt einen Rücksetzer oder nicht? Natürlich, es stehen die Chancen immer wieder da. Und das muss man vor allem am Kryptomarkt mal sehen. Die bullischen Marktfassen waren auch in der Vergangenheit geprägt von Korrekturen. Wenn man jetzt aus der Vergangenheit hernimmt, 20% Korrekturen sind eigentlich Norm am Kryptomarkt. Dann wären wir ganz normaler Dienstag. Ganz normaler Dienstag oder Montag, ein schönes Monday-Opening. Dann kann man davon ausgehen, dann wird wieder dieses Level von den 32.000 totales relevant. Nur niemand ist in der Lage heute zu sagen, ja, wir gehen fix auf die 32.000 hinunter. Und genauso wie damals sehr viele Influencer und Co. diese 10.000, 12.000 hervorbeschworen haben und alle gewartet haben, wir warten noch ab, wir warten noch ab, denn es geht auf die 12.000, das ist safe. Ja, die haben mir jetzt dann halt große Chancen liegen lassen. Genauso kann es jetzt auch gehen. Deswegen bin ich eher ein Fan davon, warum soll ich mich auf fixe Levels konzentrieren? Warum soll ich mich sagen, ja, ich kaufe erst wieder bei 30.000 ein? Es gibt sehr, sehr gute Strategien, die ich auch immer wieder meinen Channel kostenlos teile. Vor allem institutionelle Strategien, denn auch Institutionen haben keine Glaskugeln. Trotzdem müssen sie irgendwie Geld in den Markt hineinbringen und genau auf das kann man achten. Also für mich, sage ich jetzt mal langfristig gesehen, von Narrativ her, Genehmigung ETF, Bitcoin-Having, die US-Präsidentschaftswahlen, Zinssenkungen, das sind für mich so Key-Aspekte, die natürlich hier drinnen eher das bullische Feld unterstützen. Aber das bedeutet eben nicht, dass zwischen nur wieder Liquidity getriggert wird, denn das muss man verstehen, Korrekturen basieren nur darum, weil neue Liquidität ins Spiel hinein muss. Und größere Teilnehmer wollen attraktive Preise. Die sind halt nicht so wie die Retailer, die dann buy high and sell low. Das ist natürlich die Strategie, die einem größeren Marktteilnehmer nicht so gerne verfolgen ist, aber die bevorzugt die Strategie für sehr viele Retailer draußen. Somit geht es einfach darum, ein Marktverständnis aufzubauen, aktiver Markt dabei sein. Somit kann man bessere Positionen herausholen, man kann sie besser positionieren und davon kann man dann auch natürlich in bullischen Marktphasen profitieren. Gerade das, was du angesprochen hast, ich finde das auch sehr cool, mal diesen Ansatz zu nehmen des Gesamtheitlichen. Viele sehen ja eben nur immer den Kryptomarkt oder die Wall Street. Dass das aber alles ineinander greift wie Zahnräder, das wird relativ häufig vergessen. Und übrigens, ja danke nochmal an den Hinweis, auch ich war einer der Kandidaten, der sich gedacht hat, bei Bitcoin, da war das doch ab, den kaufe ich doch nicht bei 15.8, das ist doch viel zu hoch. Und ja, wir kennen ja das Ergebnis daran. Also von dem her bin ich vollkommen dabei, lieber cleverer zu gehen. Ich lerne da auch jeden Tag mit dazu, wie wahrscheinlich jeder andere auch. Daher, solange man den Fehler nur einmal macht, war es in dem Falle kein Fehler, sondern man daraus gelernt und es war einfach eine Erfahrung. Fertig. Ich komme da gleich mal zur nächsten Frage und ich weiß, jetzt wird es lustig. Wir haben kürzlich oder schon häufiger ein Projekt vorgestellt, New Return Live, was sehr viele Use Cases hat, auch Anfang Januar an Start geht, also es ist dann nicht mehr lange hin zum Launch. Falls es dich interessiert, was da genau dahinter steckt, klick dich mal hier rein. Und da gibt es einen sogenannten No-Risk Trading Bot. Jetzt ganz wichtig, zum einen es ist kein Bot, sondern es sind richtige Trader im Background. Und auch dieser ganze Name, No-Risk Trading Bot, ist eher marketingtechnisch gewählt worden, würde heute auch anders lauten. Jetzt weiß ich aber ganz genau, was so deine Meinung ist zum Thema Copy Trading, die Gefahr, die den drohen kann. Und vor allem gerade, wenn sie größer werden. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Sag mal so, ich möchte da kurz an der Stelle auch diesen No-Risk Trading Bot. Also ich habe ihn ja selber nicht ausprobiert. Ich verstehe allein den Marketingzweck, ich mache mit etwas Werbung, einerseits mit einem Bot, wo aber doch Menschen dahinter sind, was dann endlich kein Bot ist, was ich somit schon einmal den Widerspruch in sich drin habe. Wo ich einfach sage, allein mit dem Wording habe ich schon einmal eine Fehlleitung. Ich irritiere, ich mache eine verwirrende Aussage. Also in meiner Welt drinnen, im institutionellen Handel und auch als Investmentfondsmanagement, wenn man so ja aussagen, tätig im Higher Finance Bereich, dann bist du ein Betrüger. Das ist auch die Problematik, warum der Kryptomarkt noch nicht in der High Finance wirklich anerkannt ist. Und die unterscheiden auch. Bitcoin und Ethereum werden anerkannt. Alles andere als Krypto. Also Krypto-Bullshit ist der Krypto-Bullshit. Grenzt alles aus wie ein bisschen Bitcoin und Ethereum. Genauso ist es aber auch im Trading drinnen. Es ist so diese 1% pro Tag. Ich frage mich da halt immer, okay, wie kommen diese 1% am Tag fix zustande? Niemand schafft es. Kein Ray Dalio, kein Warren Buffett hat das jemals garantieren können, 1% am Tag fix Rendite zu geben. Dann kommt meistens wahrscheinlich ein Aufhänger dazu. Ja, das kann nicht immer so lange laufen und so weiter. Ich frage mich immer, wenn jemand so eine bahnbrechende Strategie hat. Und das war ja auch mein Ansatz. Denn ich bin genauso in der Software-Technologie drinnen, mit künstlicher Intelligenz, im Hedge Fund Management und Co. Wenn ich eine bahnbrechende Strategie habe, warum versuche ich da nicht irgendwo zu einem Unternehmen zu gehen oder zu größeren Investoren und zu sagen, hey, ich habe da was Interessantes, probiert man das Ganze aus. Also ich bin da vielleicht ein schlechter, wirklich der schlechteste Ansprechpartner, weil ich da sehr kritisch bin, weil ich ja doch sehr Wall Street geprägt bin. Also mal so bei Copy Trading. Und das ist für mich eine der wichtigsten Sachen. Es ist nicht per se die Trader, die schlecht sind oder irgendetwas. Oder wenn Verluste entstehen, dass hier vorrangig die Trader deswegen nicht traden können. Das Problem ist einfach die Verhältnismäßigkeit und die Liquidität, was hineinkommt. Wenn nämlich ein Trader jetzt anfängt mit 10.000 Euro zu traden und der macht einen guten Track Record, der macht ein paar hundert Prozent, weil er ein sehr gutes Setup hat, wird das natürlich, er fängt klein an, dann kommt der ganze Hype hinein. Plötzlich wird sein Volumen dementsprechend höher. Nur er hat ja auch keine Garantie und auch gar keine Zeit dafür, sich vorzubereiten aufs größere Volumen. Und das ist schon ein massiver Unterschied, ob ich jetzt an 10 Millionen in den Markt platzieren muss oder ob ich 10.000 Euro platzieren muss. Denn es geht darum, wie werden meine Orders ausgeführt? Wie sichtlich bin ich am Markt? Und wenn man so Tools verwendet wie ich, der nichts anderes macht wie Trader am Markt zu tracken und schauen, wo seine Stop-Losser sind. Und vor allem jeder Bot oder alles, was transparent ist, bedeutet, es ist der Stop-Loss transparent, es ist der Take-Profit transparent. Somit leuchtet der auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, nur als Annahme, jetzt gehen wir auf Bitcoin, der hat bei 42.000 seine Stop-Loss. Und ich habe die Macht und die größere Markte, einmal Hedge-Funds und so wie auch wir drinnen. Wir haben schon das Volumen, dass wir gewisse Bewegungen verursachen können. Dann wäre ein klassisches Ziel, ich will Liquidity triggern. Und somit gibt es auch bei uns draußen einen Spruch oder generell auf der Wall Street den Spruch, der Retail Stop-Loss ist auch eine Liquidity. Und somit geht es einfach nur darum, genau diese Orders zu triggern. Die Trader verlieren dann, die Leute sind frustriert und dann fangen die Panik an, denn der Trader macht einen größeren Drawdown. Die Retailer sind ja nervös, ziehen ja Geld ab, der Trader wird dann weiter verursiert, hat auf einmal weniger Liquidität und somit kann er gar nicht seine Positionen berechnen. Und das ist jetzt eines der wichtigsten Dinge, deswegen sind auch sehr viele Algorithmen draußen oder sehr viele ERs für Forex-Markt oder auch für Kryptomarkt sehr problematisch, weil sie einfach keine Kapitalgarantie haben. Und ich komme aus dem Militärwesen auch heraus, wenn ich einen Angriff plane, dann möchte ich ja wissen, wie viele Kampfbands habe ich, wie viele Soldaten habe ich, wie viele Waffensysteme habe ich. Wenn ich jetzt aber als Trader bin und ich weiß, ich habe meine 10 Millionen, 50 Millionen, die muss ich im Markt platzieren, kann ich mir eine Strategie machen. Wenn ich jetzt aber angreife und ich weiß, okay, ich sollte ja etwa mit 10 Kampfpanzer starten und wenn ich dann vorm Feind bin und auf einmal schaue ich, okay, shit, ich habe nur mehr 2 Kampfpanzer und meine ganzen Soldaten sind weg, wie soll ich dann den Krieg gewinnen, unter Anführungszeichen, oder die Schlacht? Und genau das ist das Problem, wo dann die Trader auch davor stehen, weil sie auf einmal gar nicht mehr die Liquidität haben oder gar nicht mehr die notwendige Liquidität oder die Positionen, um ihr Setup und ihre Strategien weiter durchzusetzen. Und deswegen sehe ich das eben sehr, sehr kritisch. Es gibt gute Trader da draußen, es gibt auch gute Copy-Trader, aber es ist halt alles immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn Trader dahinter sind, sind sie Menschen, sie haben ein eigenes Sentiment, sie haben eigene Emotionen drinnen, wie viel Vertrauen er hat, welche Erfahrung hat er, welche Experience hat er, wie lange macht er da schon, kommt er, aus welchem Handelsfeld kommt er raus. Das sind so wichtige Faktoren, auf die man da definitiv achten sollte. Vielen Dank da auf jeden Fall für die offenen Worte. Dafür habe ich dich ja auch eingeladen. Also es geht ja nicht darum, dass du irgendwelche anderen Meinungen kundtust, sondern das, was dein Erfahrungswert ist und das, wo du eben sagst, da habe ich auch so mein Feld drin, da habe ich eben in den vergangenen Jahren durchaus das eine oder andere vielleicht auch erlebt. Da komme ich jetzt gleich zur letzten Frage und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz die Antwort, aber ich bin gespannt und zwar es gibt ja, wie du so schön gesagt hast, es gibt ja diese Bitcoin-Only, die akzeptieren ja oftmals nicht mal in irgendeiner Form Ethereum oder sowas. Also ich habe kürzlich mit Fong Li, das ist ja der CEO von MicroStrategy, durfte ich ein Interview führen in München, total abgefahren. Ich glaube in den 15 Minuten Interview hat er 200 Mal Bitcoin. Also wenn ich Ethereum die Frage gestellt habe, kam am Ende Bitcoin raus. Wer das übrigens sehen möchte, klickt euch gerne mal rein, richtig stark. Also echt mega spannend gewesen, auch wie der so tickt und wie die so drauf sind. Die hatten ja knapp 2,5 Milliarden Dollar in Bitcoin. Die haben ja auch jetzt erst wieder aufgestockt und übrigens beim Durchschnittswert eingekauft von 30.000. Also die sind da auch relativ spät rein. Darauf will ich jetzt aber gar nicht raus, sondern es gibt ja auch noch so diese ganzen Pre-Sales, die wir am Markt vorstellen. Jetzt gibt es da zum Beispiel Bereiche, sage ich auch immer wieder, Bereich Tokenisierung, macht ja absolut Sinn. Real-World-Assets, als Beispiel jetzt mal Evercraft, du hast ein Unternehmen, kannst dir ein Share dran sichern, was ja sonst eben nicht so einfach möglich ist. Und dieses Unternehmen investiert wiederum in nachhaltige Technologien. Die erste Anlage, die geht jetzt auch im Januar live, also da sieht man auch eine entsprechende Entwicklung. Aber nach wie vor darf man an dieser Stelle sagen, es ist High-Risk-Investment. Wenn du jetzt wissen willst, was Evercraft genau macht, klick dich gerne mal rein. Aber jetzt mal meine Frage an dich, bist du eher derjenige, der auch sagt, so Bitcoin-only nur die Großen? Oder sagst du, hey, da ist auch mal Platz für einen Pre-Sale, solange das Ganze natürlich sinnig ist? Also man kann es ja nachlesen, ist ja bei unserem Kanal auch ganz wichtig, wir stellen ja nicht jeden Schrott vor, sondern nur das, wo wir persönlich sagen, sehen wir Potenzial, haben wir durchgecheckt. Aber eine hundertprozentige Garantie ist halt trotzdem nie vorhanden. Also prinzipiell sind mal so Pre-Sales oder Seed-Investments, die können schon attraktiv sein. Also ich bin jetzt nicht der absolute Fan davon, aber natürlich beteiligt man sich ab und zu auch. Es sind halt typische Start-up-Investitionen. Man muss halt wissen, es birgt ein sehr hohes Risiko, aber auch natürlich ist die Rendite-Möglichkeit sehr, sehr gut. Und deswegen soll bei uns im Fondsmanagement oder irgendwo drinnen, na, auf was kommt das drauf an? Es kommt in erster Linie drauf an, ich muss eine richtige Kalkulation machen, eine richtige Bewertung. Nicht immer gleich dahinter, okay, steckt ein Unternehmen dahinter, in welchen Use-Cases haben sie. So als nur alleine Preis versus Value. Welchen Preis zahle ich? Welcher mögliche Value kommt am Ende des Tages und dann bei den Ganzen heraus? Was sehr viele falsch verstehen bei diesen Pre-Sales. Die kaufen sich ein und hoffen dann, dass dann relativ schnell das ganze Projekt durch die Decke geht. Deswegen sollte man sich informieren, in welche Sparte investiert man hinein. Wenn zum Beispiel so wie jetzt sehr viele Docken unterwegs sind, jetzt gar nicht auf Evercraft allein bezogen, oder zum Beispiel Docken oder Dockenisierung von Immobilienwerte oder von Photovoltaik-Anlagen, dann muss das bewusst sein, wenn ich dort hinein investiere. Und egal, was in dieser Infofolder und in den Pitch-Tags alles dann drinnen steht, ich muss mich halt fragen, okay, wie kann ich davon profitieren? Profitiere von der Rendite mit, wenn ich weiß, ich bin in Immobilien drinnen oder mit meinen Docken als Shareholder bei einem Immobilienprojekt, dann werde ich halt bei den Mieterträgen vielleicht mit profitieren. Außer die Immobilie wird dann wiederum verkauft. Aber da sollte man halt schon immer hinten anhalten, was steckt dahinter? Was wird gemacht? Wie ist das Team? Glaubt man an das Team? Ist das Vertrauenswürde? Kommen Sie Track-Records in diesem Bereich? Und je nachdem von denen kann man das dann abwägen. Ich gebe da immer einen guten Tipp, wenn man sich diese Infofolder anschaut, und wir haben jetzt ja schon einige Projekte gesehen, oder man braucht ja nur mal 2020 zurückdenken, deswegen sage ich immer, wir sind ja jetzt ja eventuell nicht nur in einem bullischen Trend drinnen, sondern es folgt ja auch die nächste Phase, bullische Phase, oder eine Bullenphase, die 99% nicht kennen, aber 99% folgen. Das ist dieser typische Bullshit, der Bullshit-Zyklus. Weil die Leute natürlich jetzt, jeder draußen, das ist ein gutes Stocken-Projekt, oder da gibt es eben kein Projekt. Und wenn man das schon mal weiß, bei einem Projekt, da ist ein extremes Multi-Level-Marketing-System dabei, dann muss ich mich noch fragen, okay, woher kommt die Rendite für den Vertrieb? Weil ich kenne da Projekte, und das haben ja schon sehr viele gesehen, also ich bin jetzt seit zehn Jahren am Kryptomarkt, ich glaube, ich habe da schon jetzt sehr, sehr viel gesehen, aber wo ich sage, okay, Kunde zahlt 1.000 Euro ein, auf seinen Account sind 1.000 Euro, und gleichzeitig hat der Vertrieb 500 Euro verdient. Da frage ich mich, woher kommen diese 500 Euro? Was machen Sachen? Da kannst du noch viel höher gehen. Es gibt Projekte, die geben 85 oder 90% raus, was niemals aufgehen kann, niemals. Und nur das, wenn auf meinem Account, auf dieser Plattform im Dashboard drinnen steht, das muss nicht gleich das bedeuten, was tatsächlich ins Projekt hineingeht. Also da sollte man sich natürlich sehr, sehr gut informieren. Ich bin selber in einige Seed-Investments und Pre-Sales hineingegangen, ist im Hedge-Fund-Business eher unüblich, weil wir halt nicht in illiquide Dinge hineingehen. Aber zum Beispiel auch, wir sind hineingegangen, die Projektführung hat fest versprochen, ja, wir launchen noch im dritten Quartal 2022, jetzt haben wir Ende 2023 und der Launch ist noch immer nicht. Und dann ist aber das Problem, und diese Projekte scheitern dann vielleicht, weil die Leute dahinter waren zu unerfahren. Die haben keine richtige Timeline, keine Roadmap machen können, was ja nicht gleich heißt, dass es ein Betrug ist. Aber was passiert da mit der Community? Leider investiert dann Stupid Money in den Markt hinein, die investieren in einen Pre-Sale, dann wird gesagt, die halten sich an keine Roadmap und auf einmal passiert, dass ein Shitstorm passiert. Und dann brechen diese Projekte zusammen. Deswegen sage ich, sehr viele Projekte brechen nicht zusammen, weil alles Bullshit ist, sondern weil es quasi sabotiert wird von den eigenen Investoren. Die schießen gegen ihre eigenen Investments, dass sie keine Ahnung haben, wie man mit Start-up-Investitionen hineingeht. Und deswegen sage ich immer, jeder möchte am Markt überdurchschnittliche Renditen erzielen. Ich bin reich! Aber die wenigsten beschäftigen sich mit überdurchschnittlichen Informationen. Und ich kann keine überdurchschnittlichen Renditen erzielen, wenn ich mich mit Bullshit oder mit 0815-Informationen beschäftige. Denn genau das ist der Grund, warum die wenigsten erfolgreich sind. Und dadurch möchte ich aber auch bei mir im Channel drinnen immer wieder Einblicke geben, institutionelles Handeln, worauf man achten sollte, auf Projekte, wenn ich auch in Straight oder als Investor irgendwo hineingehe, wie man das halt am besten handeln kann. Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe die Diskussion auch immer wieder. Ich gebe da offen zu. Letzter Bullrun. Hey, Feuer frei. Überall reingeschmissen. Was davon ist überhaupt geblieben? Was ich viel verrückter finde an der Sache, ist halt auch, dass da Projekte mit dabei waren, wo du dir denkst, das kann eigentlich nicht. Was ist denn hier los? Und trotzdem ist es gescheitert. Und du denkst dir so, What? Also daher, da lernt man auch immer wieder mit dazu. Ich sage es aber auch immer wieder der Community. Ihr kauft nicht nur den günstigsten Preis im Token, ihr kauft auch das höchste Risiko. Und es darf an der Stelle jedem bewusst sein. Aber jeder sieht halt nur die Renditen und nicht das Risiko, was dahinter steckt. Also bin ich vollkommen bei dir. Jetzt komme ich abschließend zum Punkt und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Es geht ja immer darum, von Menschen mit sehr viel Erfahrung zu lernen. Jetzt hast du eine Möglichkeit geschaffen, was ich unglaublich stark finde, weil es gibt ja genug da außen, die hauen dir irgendwelche Trading-Kurse um die Ohren, wo du dir immer denkst, hey, wenn du so ein krasser Trader bist, warum hast du einen Kurs? Also dann trade doch einfach für dich selber. Aber lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Auf jeden Fall, du hast es ja geschaffen, dass du zum einen täglichen Input gibst, zum anderen aber auch auf wöchentlicher Basis. Jetzt kannst du da mal ein bisschen Einblick geben. Wie kann jetzt jemand, der dieses Video sieht und sagt, wow, krass, da möchte ich noch ein bisschen Wissen mitnehmen. Ich bin auch bereit dazu, mal die Extrameile zu gehen, mich abends auch mal eben vor den Bildschirm zu setzen, dir einfach mal zuzuhören. Wie kann der von deinem Wissen profitieren? Also es ist jeder recht herzlich eingeladen, kostenlos im Telegram-Channel, im täglichen Blog, wo ich einen Insights gebe, auch einerseits von der Wall Street, welche Informationen ich bekomme, von den Hedgefond-Manager aus Amerika, von meinen Kontaktpersonen, aber auch von Frankfurt und auch von den diversen Leuten im Cryptospace. Und ich versuche da einfach, ein anderes Marktsverständnis zu geben, denn wir bekommen über Social Media, Instagram, YouTube und überall anders die Daily Informations, die sowieso alles möglich ist, ob jetzt MicroStrategy wieder 5.000 Bitcoin mehr gekauft hat oder nicht. Das ist so quasi, ja, Brot und Spiele. Hauptsache, die Leute bekommen die Information, nur es bringt einem nichts. Was bringt mir diese Information? Und mein Ansatz ist halt einfach, ich gebe halt eher komplexere Informationen hinaus. Mir geht es darum, dass man ein bisschen dieses Storytelling der Märkte versteht, ein bisschen die Backgrounds, wie agiert die Wall Street, warum passieren gewisse Dinge auf den Märkten? Weil, die Märkte sind nicht logisch, aber man kann ihnen folgen, wenn man ein bisschen ein Verständnis hat und das versuche ich, in die Workshops, die kostenlos sind, weiterzugeben, in täglichen Updates, damit man ein bisschen einen anderen Insights hineinbekommt und vor allem, wie man sich passend vorbereitet. Denn, man muss sich jetzt zwei Dinge vor Augen halten. Wir stehen jetzt vor allem in einer Phase drinnen, wo einerseits, und das ist nicht nur so dahin geredet, wir sind beim großen Geldwechsel und nicht das Geldumverteilungssystem, sondern wir sind von diesen generationsübergreifenden Geldwechsel drinnen, wo jetzt an die nächste Generation, an die nächste Generation das Geld vererbt wird. Das heißt, in den nächsten 10, 15 Jahren wird die Generation, die jetzt zum Beispiel auch mit Bitcoin oder mit AI, mit Digital Solutions und so weiter aufwächst, wird mit sehr viel Geld in Kontakt kommen. Und wenn man sich jetzt anschaut, warum bereitet sich BlackRock, Fidelity und Vanguard mit einem Bitcoin ETF vor? Nicht in erster Linie glauben, ja, Bitcoin ist das digitale Gold, das heißt, weil sie schon auf die nächsten Generationen achten. Und das ist zum Beispiel auch so ein Triggerpunkt, wo ich jetzt sage, bevor jetzt jemand, und da wieder vielleicht auf die letzte Frage auch dahin aufzukommen. In Brazil gehen viele hinein, weil sie glauben, okay, wenn ich nur 100 Euro habe, kann ich damit vielleicht 1000 X machen. Warum aber investiert man nicht dort hinein, wo ich eher mehr Sicherheit habe, denn vielleicht kann ich mit sicheren und hochspekulativen, weil Bitcoin gehört ja auch zu hochspekulativen und Risikoassets noch. Aber da sehe ich ja auch, dass ich noch einen Vorsprung haben kann. Im Jahr 2024 wird die Wall Street drinnen Fuß fassen. Klar, soweit. Und da kann ich jetzt noch einen Impact haben. Ich möchte nur dazu eine Preisprognose geben. Wir sehen ja, dass sehr viele sagen, Bitcoin geht auf 100.000. Bitcoin wird auf 200.000 gehen, auf 300.000 gehen. Ich habe da in einem Video von mir, was im Channel auch drinnen ist, einfach nur mal erst eine realistische Prognose hineingegeben, oder was möglich wäre. Wenn 100.000 Millionen, da sprechen wir von 100 Milliarden, in den Markt hineingehen, dann könnte der Bitcoin-Preis, wenn das in die ETFs-Inflos hineingeht, könnte der Bitcoin-Preis bei knapp 100.000 liegen. Und wenn man das jetzt vergleicht, Warren Buffett sitzt mit seinen Unternehmen auf 150 Milliarden Liquidität. BlackRock verwaltet 10.000 Milliarden. Fidelity, Vanguard und alle drum, also die großen Player, die die jetzt für die ETFs haben, verwalten insgesamt 25.000 Milliarden, also sind 25 Trillionen US-Dollar. Wieses, wieses. Wenn die jetzt nur einen halben Prozent von ihrem Vermögen investieren, dann sind wir circa bei 125 Milliarden, die in den Markt hineingehen. Und das könnte den Kurs auf 100.000 natürlich hinaufbringen. Natürlich, je nachdem, wie sie alles entwickelt. Aber das ist das Potenzial, was dahinter steckt. Somit zeige ich, warum muss ich immer irgendwo in die größten Risiko-Assets hineingehen, die die größten Risiko-Assets der größten Risiko-Assets sind. Aha! So ist es einfach, dass ich sage, okay, ich folge ein bisschen den Big Player. Und das sind so Ansätze, die man machen kann. Und dieses Bild möchte ich auch geben, aber nicht nur rein auf den Kryptomarkt, sondern auch eben ein bisschen ein breiteres Denken, für mich ist ganz klar, Vorsprung bekommt man durch Wissen und mit diesem Wissensvorsprung kann man sein Portfolio optimieren und ein optimiertes Portfolio kann am Ende des Tages eine bessere Rendite und eine bessere Performance bringen. Das waren super abschließende Worte. An der Stelle übrigens, Leute, wenn es euch interessiert, ist unten alles verlinkt. Ich bin selber in der Telegram-Gruppe und ich lese da auch immer wieder mit und darf da auch einiges lernen. Also von dem her, ich kann nur jedem den Tipp geben, ich glaube, zu viel Wissen hat noch keinem geschadet. Von dem her, da sieht man mal ein bisschen andere Gesichtspunkte. Wir sind gespannt. Also lassen wir uns mal überraschen. An der Stelle vielen lieben Dank an dich und ich freue mich schon auf das nächste Update. Ich freue mich auch. Danke. Und an alle Korrekturen können Chancen sein, gut vorbereiten. Dann wird man auch in dem nächstmöglichen Poolmarkt gute Chancen haben, vorne mitzuspielen. Vielen Dank.